Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe aus wie ein gezuckerter Donut. Das soll aber nicht lange so bleiben, denn ich war gestern in der Drogerie und habe einige spannende Produkte gefunden, die vielleicht für die ein oder anderen Mäuse, die morgens nicht so viel Zeit beim Make-up investieren wollen, sehr, sehr spannend sein können. Trended Up hat irgendwie so ein bisschen die Theke umgestellt. Nicht komplett, so wie wir es von anderen Drogeriemarken kennen, sondern nur ausgewählte Produkte und das finde ich gar nicht so schlecht. Dazu kommen wir aber gleich. Ich habe einige Produkte gekauft und die werden wir heute testen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen ablenken kann. Wir waren ja neulich gemeinsam schon recht erfolgreich mit diesem Schätzchen hier, der Wonderskin Foundation von Trended Up. Das Video ist ziemlich durch die Decke gegangen und auch meiner Meinung nach zu Recht. Das Produkt ist wirklich gut. Seitdem ich das Video getragen habe, habe ich das Schätzchen wirklich regelmäßig benutzt, auch in der Farbe. Ich habe aber noch mal andere Farben gekauft, einfach, dass ich euch noch mal so ein kleines Update geben kann, wie die drei Farben, die es gibt, nebeneinander aussehen, damit es für euch ein bisschen einfacher ist. Es gibt aber noch ein paar andere Produkte und ich würde sagen, wir starten. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und ich bin immer noch dabei, das 100.000 Abonnenten Special zu planen. Ich habe auch schon so ein paar Ideen für mich, aber da können wir gerne gleich einmal kurz besprechen. Für mich ist es so ein bisschen schwierig, weil ich, ich habe mir das immer so vorgestellt und wenn ich die 100.000 Abonnenten habe, dann wird das ein super materielles Gewinnspiel. Ich sehe es immer bei anderen, die verlosen dann Louis Vuitton-Handtaschen oder, weiß ich nicht, 150 Euro Gutscheine für irgendwas Konsumbehaftetes. Und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht unbedingt gerade das ist, was wir brauchen. Zehn Leuten die Gasrechnung oder die Stromrechnung zu übernehmen, weiß ich nicht, ist halt auch irgendwie doof. Vielleicht habt ihr da einen Vorschlag, was euch gefallen würde, wie wir das 100.000 Abonnenten Special machen könnten. Damit ihr nicht so lange warten müsst, swatche ich euch einmal alle drei Farben, die ich habe. Wir haben die 010, das ist die hellste Farbe, das ist die, die ich auch benutzt hatte. Hier die 030, oder wesentlich dunkler. Die passt fast perfekt, würde ich sagen. Und die 060, die wesentlich wärmer aussieht. Wahrscheinlich kann man damit sogar noch ein bisschen... Die würde auch gehen. Schaut mal, ich habe gerade den Preis gesucht und habe gesehen, dass es das Schätzchen Tatsache in sechs Farben gibt. Die hellste und die dunkelste hatte ich euch gezeigt. Aber ihr seht, es sind wirklich drei komplett unterschiedliche Farben, die auch sehr weit auseinander sind, sodass man damit viel spielen kann. Ihr habt es gesehen, ich habe die 10 nutzen können oder die hellste Farbe nutzen können. Ich habe dann halt ein bisschen mehr Bronzer benutzt. Aber ich glaube, wenn ihr auch noch ein Stückchen dunkler seid und ihr wirklich dieses leichte Finish haben wollt, funktioniert das auch mit der 60. Was nicht heißt, dass das eine gute Shade Ranch ist. Es gab aber noch ein Produkt in der Theke, was ich ganz spannend fand. Das war das Magic Face Perfection Cream Schätzchen. Leichte Deckkraft mit Niacinamiden, mit Hautton anpassenden Mikrokapseln und Lichtschutzfaktor 30. Kommt in so einer Quetschtube. Design gefällt mir sehr, sehr gut. Trended Up hat auch so ein bisschen das Logo geändert. Also über die letzten, das letzte Jahr sieht alles ein bisschen moderner aus. Packaging gefällt mir sehr, sehr gut. War auch nicht so teuer und die Tube ist aus 44% recyceltem Material. Ohne Polycarbonat, recycelt. Ohne die Kappe. Also die Kappe ist Virgin Plastik. Die Tube ist recycelt. Und beim Auftragen der Magic Face Perfection Cream platzen die eingesetzten Pigmente der Formulierung auf, der Gesichtshaut auf und ergeben ein tolles und natürliches Finish. Das gab es jetzt auch wirklich nur in dieser einen Farbe. Da bin ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch. Was ich aber mache oder oft schon gemacht habe mit solchen oder so ähnlichen Produkten ist, ich habe die als Primer benutzt, um weniger Foundation zu benutzen. Einige denken jetzt so, hä, aber dann nimm doch gleich eine Foundation. Ja, aber diese leichten Cream Based Produkte, und das ist ja auf Basis von einer Creme, ihr seht das, sie ist weiß, wirkt das Ganze immer sehr natürlich und ihr braucht dann weniger Foundation, sodass die Haut natürlicher aussieht. Wir probieren es einmal aus. Ich nehme jetzt erstmal diese Creme und nehme jetzt einfach mal so ein bisschen und reibe mir erstmal das Produkt hier ein und dann platzen die Kügelchen auch auf. Ich drehe mal das Licht ein bisschen weg, aber dann seht ihr nicht mehr so viel. Es ist ein bisschen hell, aber es passt sich doch ganz gut an, oder? Ich mache es mal auf der Stirn, da habt ihr mehr Fläche. Es platzt sehr, sehr schnell auf. Ich arbeite mir das mal mit dem Schwamm ein. Das gleicht schon so ein bisschen den Hautton aus. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von sowas als Foundation, wobei ich sagen muss, ich hatte ja mal dieses Chanel-Ding, dieses Water-Tint-Ding, was ich nie gezeigt habe, weil ich erst damit nicht so zurechtkam, wenn ich ehrlich bin. Jetzt, aber ein Jahr später, benutze ich das ganz gerne als Primer, weil es einfach super Feuchtigkeit spendet und die Haut frischer aussieht, weil man dann weniger Foundation drüber nehmen muss. Also, das ist jetzt ein sehr, sehr leichtes Finish. Ihr seht jetzt nicht so viel Deckkraft. Man kann natürlich auch noch aufbauen, aufbauen, aufbauen. Aber dann ist es halt sehr teuer, würde ich sagen, weil das kostet 4 Euro. Und wenn ihr durch so eine Tube geht, um viel Deckkraft zu erreichen, seid ihr da in einer Woche durch. Sie riecht nur ganz, ganz leicht. Also, sie hat jetzt nicht so einen intensiven Duft. Ist aber okay, oder? Ich habe euch jetzt nochmal ein Stückchen heller gestellt, dass ihr das Ganze besser sehen könnt. Also, sie gleicht leicht aus. Sie macht jetzt aber nicht so sonderlich viel. Ich mache es nur auf der anderen Seite, dass wir das Ganze ein bisschen angepasst haben. Ich glaube, wenn ihr eine leichte Foundation mögt oder so einen leichten Tint, um den Hautton schon mal so ein bisschen auszugleichen, dann ist es in Ordnung. Wie gesagt, als Grundlage für eine Foundation mag ich sowas immer ganz gerne. Alright. Meine Haut ist sehr... Ich habe... Kann ich das schon sagen? Ich habe hier was. Und ich glaube, ihr seht, wie glatt meine Haut ist, ne? Ja, vielleicht ist das wirklich ein Game Changer, den wir da gemacht haben. Nun gut, ähm, kommen wir dann zu. Also, Fazit ist okay. Kann man tragen. Mir reicht es nicht natürlich. Aber ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben. Wir nehmen jetzt mal die Wonderskin in der Farbe 30, einfach um noch ein bisschen mehr Deckkraft zu haben. und so, dass ihr auch noch mal ein schönes Ergebnis seht. Ja. Ich mische vielleicht doch ein bisschen 60 mit rein, um ein bisschen bronzy auszusehen. Also, das ist wirklich ein Produkt. Das hätte auch von einer High-End-Brand kommen können und das wäre viral gegangen. Schaut mal, wie schnell man einfach das ist. Ohne groß verblenden, ohne groß einarbeiten, einfach mit dem Schwamm hier rein. Ihr macht eure Hände nicht schmutzig. Also, Train It Up wirklich phänomenal. I love it. Einen kleinen Pro-Tipp habe ich noch. Falls ihr das Produkt habt und ihr das, ihr wisst, ihr wollt es morgen benutzen. Meistens nehmt ihr ja morgens immer dieselben Sachen. Dann macht euren Schwamm abends nass, sodass der nicht mehr so ganz feucht ist. So kriegt ihr ein bisschen mehr Deckkraft hin und das Ganze wird noch ebenmäßiger. Also, ihr seht das. Innerhalb von 20 Sekunden ist die Haut einfach fertig gemacht. In Kombination mit dieser Magic Face Perfection Cream oder meinem Schätzchen hier als Grundlage davor, ebenmäßig, schnell und einfach. Okay. Was ich ganz spannend fand, waren diese Multi-Sticks Cheeks, Lips und Eyes. Die gab es in zwei Farben. Einmal in 0,20 und in der Farbe die 30 ist ein bisschen dunkler, ein bisschen kühler. Was man damit wohl sehr, sehr gut machen soll, ist, die als Blush, die als Lippenstift oder die als Augenprodukt zu benutzen. Ich zeige euch jetzt mal, dafür bietet sich das ganz gut an. Hier ein 5-Minute-Make-up, womit es halt sehr, sehr schnell geht. Also, die Base haben wir jetzt schon drauf. Ich mache mal ein bisschen Concealer rauf. Und wir benutzen jetzt einfach mal, der, der jetzt ganz ist, ein bisschen einfacher zu benutzen, als Blush. Dafür gebe ich mir den auf die Hand. Das mache ich persönlich immer ganz gerne, weil ich einfach dadurch ein bisschen mehr Wärme schon am Produkt habe und der besser schmilzt und ich dadurch nicht so viel Reibung im Gesicht habe. Dann nehme ich mir so ein Buffer-Brush, arbeite mir das Produkt in den Pinsel und tupfe es mir dann einfach hier rauf. Das ist vom Finish her, es hat zwar einen leichten Schimmereffekt mit drin, aber die Grundkonsistenz ist so ein bisschen matte. Also auch so eine, ja, ich will nicht sagen Cream to Powder. Steht das drauf vielleicht? Doch, ja, klar. Der zartcremige Multistick verleiht ein natürliches, strahlend, pudrigem Finish. 3 in 1 Produkt, zaubert einen feinen Schimmer auf die Wangen, Augen und Lippen und mattierten Reispuder und Silica Beats, Hautverträglichkeit der Mathe. Okay, fein. Das ist natürlich gut, weil es von der Textur her zu dieser Wonderskin Cream to Powder passt. Die wird ja auch nicht so richtig powder. Sie haben es jetzt geschrieben. Ist es nicht unbedingt. Aber dadurch, dass die Formulierungen gleich sind oder ähnlich sind, funktionieren die auch sehr, sehr gut miteinander. Was ich ganz nice gefunden hätte, wäre, wenn das Produkt auch hier drin wäre, aber dann hätte man es nicht mehr als 3 in 1 Produkt verkaufen können. Aber, ja, das ist so. Ich denke immer so ein Stückchen komplizierter. Schöner Ton, sehr, sehr frisch. Ich mag den Schimmer da drin. Der ist sehr fein, sehr subtil, passt sich so ein bisschen der Haut mit an und gibt der Haut auch ein bisschen Farbe und Struktur. Und ich fixe mal ganz kurz. mein Concealer. Wirklich auch nur da, wo ich den Concealer aufgetragen habe. Der Rest meines Gesichts braucht eigentlich nicht so viel Küber. Ich muss sagen, mir gefällt das optisch overall sehr, sehr gut gerade. Also super simpel, super einfach. Ich wollte jetzt mal mit dem dunkleren Stick vorsichtig hier über die Augen gehen. Das ist so ein bisschen, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, in Korea ist das so ein Trend mit den Blush-Produkten auch ein bisschen an die Augen zu gehen. Das kann immer ganz süß aussehen. kann aber auch schief gehen. Also ich glaube, für so einen leichten Haut ist es okay. Hat halt immer ein bisschen was von Augenentzündung. Ihr könnt auch mit dem Finger hier lang arbeiten. Geht eigentlich eher so ein bisschen um die Farbe. Also auf den Augen, ja, kann man es benutzen. Ist jetzt aber nicht unbedingt My Cup of Tea. Für die Lippen habe ich aber etwas anderes und das klang nicht schlecht. Denn es gibt die Hero Stay Matte Lipsticks. Ich glaube, in vier oder fünf Farben. Ich habe auf jeden Fall vier hier, die ich euch jetzt auch erst mal swatchen will. Eine Sache, die ich noch nie von einer Kosmetikmarke gesehen habe, ist diesen Claim. Also es steht ja immer drauf, hält 87 Wochen. Damit kannst du durch den Regenwald von Madagaskar spazieren und das passiert nichts. Hier steht drauf, hält bis zu fünf Stunden. Sternchen. Bestätigt durch Anwendertests mit 44 Personen. Also, sie sagen nicht, dass das ganze Ding jetzt hier 24 Stunden hält und das finde ich fair, weil du dann einfach nicht diese Erwartung hast, nach vier Stunden oder nach drei Stunden, wo ist es denn hin? Das ist ein Schätzchen, was kurzweilig hält und spätestens eine Stunde später haben wir wahrscheinlich eh wieder was gegessen und dann kann man das reapplizieren. Wir starten mit der Farbe 030, ein sehr, 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 sehr spannender Lila Ton, extrem pigmentiert. Ich kann mir vorstellen, dass wir die auch auf den Lippen, äh, auf den Augen benutzen könnten. Eine sehr herbstliche Farbe, das ist die 070 und das ist schön. Das ist Herbst. 010, ein Hot Red, aber ein recht helles Rot und einen recht nudigen Ton, die 050. Schön. Muss ich sagen, sehr, sehr schöne Farben, nicht so bunt, nicht so schrill, wobei das nicht so Basic Farben sind, also dieser Lila Ton, nice. Ich überlege jetzt gerade mal, wir probieren mal eine Kombination aus und zwar die 70 und die 50 und ihr seht es, er hat eine recht präzise Spitze. Damit ziehe ich mir jetzt einfach mal die Lippenkontur. Sehr cremig, sehr, sehr weich, schmilzt schnell an und in die Mitte gehe ich mit der 050. Ja, wobei der eine schon so pigmentiert war. Schon schön, die Kombi. Ganz subtil. Man könnte natürlich, auch wenn man ganz krass ist, jetzt noch mit der 30, der wird gerade auch echt matt. Also, der wirkt tatsache matt, aber ja doch schon. Der fühlt sich auch recht matt an, aber nicht so wie so ein Liquid Lipstick, sondern einfach wie so ein schöner, frischer, matter Lippenstift. Die Kombination gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Einzeln, ich will den einzeln probieren. Es tut mir leid, ich will dieses Lila einzeln auf den Lippen haben. Okay. I love it. Das ist ein sehr intensiver Ton natürlich, aber der wird matt, der fühlt sich nicht so super trocken an und sieht sehr, sehr schön aus. Zähne sehen gut aus. Mich stören jetzt tatsache die Augen tot massiv, massiv dieses sieht aus, als hätte ich schlecht geschlafen oder eine allergische Reaktion gehabt. Also auf den Augen würde ich diesen Cheekstick nicht benutzen, aber schaut mal, selbst mit einem Kosmetiktuch musste da echt reiben. Also Rot hält tatsache am längsten. Das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Es gibt noch eine neue Mascara, die mich so ein bisschen an die Catrice Mascara erinnert, vom Packaging, vom Aufkleber her. Ich steht jetzt nicht drauf, wo es hergestellt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es auch dort hergestellt wurde, wo die Mascara von Catrice hergestellt wurde. Das ist die Super Volume Boom Mascara mit maximalem Volumen, kein verklumpen, pflegender Walnussextrakt ist auch mit drin. Für Kontaktlinsenträger geeignet. Okay, probieren wir aus. Das Bürstchen ist ein sehr, sehr schmales, da könntest du sehen, sehr, sehr schmales und ein bisschen konisch, ein bisschen konisch zulaufend vorne. Oh krass. Das ist eine sehr, sehr gute Mascara. Die macht sehr schwarze Wimpern, sie macht auch sehr intensive Wimpern. Wenn man nur eine Schicht macht, so wie hier beispielsweise, dann wird es auch nicht so intensiv wie auf der anderen Seite, wo ich jetzt zweieinhalb Schichten drauf gemacht habe. Das war richtig, richtig gut, Freunde. Was sagt ihr? Ich muss sagen, also diese neue Wonderskin Foundation ist natürlich ein Game Changer. Egal was, das habe ich euch schon in dem Video damals gezeigt. Phänomenal gut. Aber auch diese Wonderssticks haben gut funktioniert. Diese Lippensticks, ich glaube, das ist eine gute Sache. Weil ich will den anderen noch ausprobieren. Ja, das ist meine Farbe für den Herbst. Top. Was willst du dazu sagen? Mascara gut. Es war kein Flop dabei, außer ich würde halt diese Sticks vielleicht nicht unbedingt am Auge benutzen, weil sie einfach dann aussehen wie eine Binderhautentzündung. Nichtsdestotrotz sehr, sehr schön. Ich bin froh, auch muss man auch mal dazu gestehen, dass es nicht die komplette Theke ausgetauscht wurde, sondern nur so ein paar Produkte und bestehende Produkte, die beliebt sind, einfach da bleiben. Das ist eine gute Sache und ich bin gespannt, was ihr zu diesen Produkten sagt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich werde dieses Wonderskin-Ding auf jeden Fall weiter benutzen, weil es so, so einfach ist. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!